So, da sind wir schon wieder. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Nam Bulli, willkommen zur Let's Play Live Show. Hier sind alle so liebweißende. So, you killed Chloe, go to. Geh zur Hölle oder du hast Chloe getötet. Ich würde sagen, du hast Chloe getötet oder einfach was? Fahr zur Hölle. Geh zur Hölle. Du willst für alle, die du verhörst. Unlike pure sweet Kate Marsh. Happy Weekend. Blah, 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 blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Then why did you blame David Madsen for stalking Kate? Of course, he was the only person who was about to find out the truth. Irony. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why, Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon. So many visual possibilities. We had a real connection. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway. So, look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No! You didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father. But not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're going to die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max. But you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Toll. Also unser Mr. Jefferson hat voll in einer Pfanne. Aua, volles Rohr. Jetzt wollen wir erstmal zurückspulen. Um erstmal zu schauen, ob wir aus der Gesamtsituation irgendwie rauskommen. Ja, 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 bla, bla. Ich kann irgendwie schneller spulen, ne? Ja, ja. Ich kann sehen, warum ihr in... Wait! Please, Mr. Jefferson. Max. Ich würde gerne sprechen, aber ich muss wirklich über diese Bilder. Especially, wenn sie fresh in meinem Kopf sind. Ich denke, unsere Session war ein ganzes Karrier für mich. Show me the photos, let me go. What are you going to do, my dearie? Zeig ich mir mal die Fotos, wäre ganz interessant. Could you... Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. Okay. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. Shit. Okay. Also würde ich sagen, müssen wir das Ganze nochmal neu machen. So. Ja, 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 ja. Müssen wir auch ein bisschen zurückspulen. Das war die falsche Frage, die wir gestellt haben. Okay. Wait! Please! Ja, ja, kennen wir schon. Toll. Toll. Ja, genau, da will ich hin. Da möchte ich hin. Das reicht uns schon. Nutzen das Foto, um es zu fokussieren. Ich hoffe, das reicht. Oder? Wir können alles machen. Wir können wieder zurückgehen. Und zwar können alles wieder machen. Wir schauen erstmal an uns das Foto an und dann gehen wir zurück. Ich kann einen von Ihnen in eine darken Kornen und schreien Sie in einem Moment desperatungs. Was ist das für ein Durchgang an der Tür? Ja, wohl, lieb. Ähm, boah, was war das denn nochmal gewesen, huuuh, ähm. Boah, jetzt muss ich nochmal kurz zurückdenken, krass, jetzt bin ich mal gespannt, ich auch, ich bin jetzt auch sehr gespannt jetzt, ich kenne den Anfang ja schon, ein bisschen, man muss sagen, geilste Episode auf meine Jahre, boah, jetzt müssen wir überlegen, warte mal. Wie doof sie wieder guckt, ne? Ja, der Tagarien-Prozess hat die Portrutture sehr populär, vor allem, weil es die Begründung klar hat, definiertes Fähigkeiten. Du kannst mehr lernen, wenn du eigentlich beendet hast, wenn du die Angelegenheiten hast. Obviamente, Max hat sie gelesen. Und Leute, nicht vergessen, die deadline ist, um ein Bild zu stellen, wenn die Allgemein-Heroen... Zeit, um die Zeit zu verändern. Ja. Erstmal, wir machen es wirklich leicht, um Mark Jefferson zu holen. Stella und Alyssa, get it together. Taylor! Don't hide! I'm still waiting for your entry to. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Was ist ein Bastard? Ich muss David über Jefferson und die Darkroom warnen. Mhm. All I need is Davids number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Wir brauchen auf jeden Fall die Telefonnummer von Nathan. I should be able to track down Davids number from this school pamphlet. Found you. Da haben wir doch schon mal von... Du 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 du. Da haben wir die ganzen Nummern. Sehr schön. Na gut, schön Flexi zuzusehen und den Chat aber... Hab nur begrenzt MB für 15 Stunden. Okay, alles Gute. Mach's gut, Konsum, mach gute Besserung. Auch meinerseits aus und von den ganzen anderen Leuten wahrscheinlich dann auch. Ruhe dich gut aus und werde schnell wieder gesund. Und take Jefferson down fast. Oh, totally. I only want to share whatever games I have with you. You wanted me to enter the contest asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. In Jefferson. You'll be going to prison. Mhm, wir werden auf jeden Fall... Okay. Ich glaube wir sind zu weit zurückgereist. Kate lebt ja auch noch, ne? In der Zeit. Ich habe deine Rückseite, egal was passiert. Ich habe deine Rückseite. Ich habe deine Rückseite, egal was passiert. Ich habe viele andere Leute. Wir alle interessieren. Wir alle hier für dich. Wir alle hier für dich. Du musst das wissen. Max? Das macht mich sehr glücklich. Für die erste Mal diese Woche. Ich... Ich weiß nicht was zu sagen. Das ist okay. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht. Vielleicht können wir beide nutzen. Awww. Bischisch. Danke. Du wirst immer wissen, die richtige Dinge zu tun. Das wüsste ich auch, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte. Wüsste ich auch, die richtigen Dinge zu tun. Manchmal. Aber die Frage ist, ob das nicht doch so Konsequenzen hat, dass wir jetzt so weit zurückgereist sind. Rachel. Rachel Amber forever. Ich bin sorry. Love forever. Ob das hier jetzt nicht doch so große Konsequenzen hat. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. Victoria hat diese Kamera sie angeguckt. Und will sich die anscheinend wohl zulegen. 5.299 Dollar. Alter Schwede. Für die Kamera. Alter Finne. Oh, Victoria. We could have been friends. Mein Telefon ist kaputt. Time to busy out my pussy. I want to give you the world for the image. Was wird so ergeben für ein... Für ein Bild für... Because I suck Mr. Jefferson. Mr. Jefferson rules. Ja, natürlich. Ganz bestimmt. Vor allem der. Everybody is here. Love him. Alle lieben ihn. But the same is care about Maxi. I want to hurt her. But you care. Get over yourself. Okay. Interessant. Interessant. Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht. Und ihr seid es wahrscheinlich auch. Und ich würde sagen wir machen jetzt hier für YouTube eine kleine Folgenpause.